hallo leute und willkommen zurück bei Super Meat Boy und in der Rapture wir sind schon etwas länger hier und das so titel schwer ist aber gut ich würde mal sagen wir machen einfach mal weiter im Level 13 also das wird schwierig sehr schwierig das sollte doch nicht so schwierig werden das kennen wir schon okay das haben wir schon angefangen wissen wir es wie es ungefähr funktioniert wie es funktionieren soll Momentchen ich finde das Spielplatz laut leiser leiser so ist gut ich weiß nicht ob es bei euch was ändert wenn ich es bei mir auf dem Headset umstelle oh mein Gott das war so fail alter ich komme hier noch nicht mal weiter ich bin so schlecht okay ich frage mich wie wir dahin sollen ohne zu schnell zu sein und so wie jetzt zum Beispiel so und drüber und drüber und und so also weh oh mein Gott oh mein Gott das ist so fail so abwarten zack 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 alter scheiße das ist echt schwierig zack 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 ui ok ich springe immer zu spät ich muss da drauf und dann direkt wieder springen so ungefähr ok das war zu schnell und ihr seht das ist echt scheiße ich muss mal überlegen wie wir es schaffen vielleicht schaffen wir es ja wenn wir erst einmal da dran zu stehen so und dann so und oh mein gott wir waren zu schnell nein auch mein gott da war aber schon wenn es gern das heißt es dürfte jetzt nicht mehr ganz so schwierig werden jetzt wissen jetzt wie es funktionieren soll und dann schön konzentrieren als erwartung springt der scheiß nicht alle so jetzt schön konzentrieren weiter konzentrieren weiter konzentrieren so timing ich sagte timing okay das war schon zu langsam ach fuck mittlerweile verstehe ich es oh mein gott wir sind zu schnell naja so und so dann so oh mein gott das ist so fail ich will dieses level schaffen ich habe schon durchaus spielte die gedrückt der wird geschafft ich meine gebrauchten noch fünf level in dieser um den kopf freizuschalten das hier aber gut und wir haben noch ein paar die wir hier machen dürfen und können aber ich will jetzt dieses level schaffen weil es nicht so scheiße aufdeckt alter kein bock mehr exit to map ja so bevor ich hier noch total amort abdehren King Carion das hört sich ja mal böse an hm ok schon wieder Monster ach das level kenne ich doch das habe ich schon mal in einer Aufnahme gemacht die ich natürlich nie hochgeladen habe weil ich in dieser Aufnahme kein einziges level geschafft habe und ja demnach hat es nichts verändert ok so wir müssen jetzt erstmal wieder nach da weee okay schön macht Kollege so weee oh du Mist gewollt scheiße wobei ich hier kann man auch so runter aber so ist es halt sicher aber wenn man erstmal so und dann so und oder lieber erstmal komplett so dann abwarten 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 so dann einmal hierüber alter diese level sind zu fählen ich habe echt keinen bock auf so schwierige level ich meine wir brauchen noch 5 das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 level die wir noch schaffen können also gut dann machen wir erstmal die einfacheren oh das sieht böse aus also ich habe ich komme da nicht drüber oh leck mich doch das ist so fies ok oh das sollte aber nicht ganz so schwierig sein das das ist das das ist so ich habe es nicht immer springe ich zu weit das ist abwacht so und leck mich leck mich leck mich leck mich ich wette mal das ist danach schon zu Ende ist ich spring immer dagegen das ist unglaublich wie nubig ich eigentlich bin wow alter das ist echt nicht schön wahrscheinlich auch nicht schön anzusehen hey man wir haben mal wieder kein level geschafft rot gut das schaffen wir what the hell oh mein gott das ist so mies ich will nur darüber dann schaffe ich das vielleicht wenn ich es mir so vorstelle wenn es so ist wie ich es mir vorstelle meine ich natürlich ey ich weiß schon gar nicht mehr was ich da aber weil ich so frustriert bin dass wir noch kein Level geschafft haben oh oh alter das ist echt shit so und abwarten 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 oh mein gott ey was ist das für das ist das mieseste Level was ich hier gespielt habe ohne scheiß das ist das mieseste Level was ich hier gespielt habe